Juno klettert ja hin und wieder mal auf meinen Schrank, das ist ja eigentlich bekannt. Und dann war ich da in meinem Schrank und wollte mir eine Hose rausholen und ja, dann ist sie da hingelaufen, um zu gucken. Schranktür auf, gucken, gucken, gucken. Und dabei ist sie dann leider, ich sag mal, so ein bisschen gestürzt und aus Reflex habe ich dann versucht, sie aufzufangen. Ja, hat auch geklappt, sie ist auf meinem Arm gelandet, aber abgerutscht und ist dann, hat sich dabei dann nochmal ordentlich in meinen Arm festgekrallt, so dass ich jetzt drei große Kratzer auf meinem Arm habe. Einmal will man helfen und dann sowas. Ja, es wird aber noch besser. Verband rum, alles gut und dann Juno ist zu mir gekommen und mir auf ein Bein gesprungen. Ja, jetzt habe ich auf dem Bein auch noch Kratzer. Ich sag doch, wenn man einmal hilft, bereit sein will, dann sowas.